Willkommen, ich bin Patrick Schüller und das ist GT Drops. Der kleine Bruder der Gelbtöne, der euch prägnante Highlights und exklusive Statements liefert. 300 Sekunden, ab jetzt. Was ich mir jetzt so krass vorstelle, ist ja der Fakt, dass du auf diesen Expedition, wenn ihr dann da unterwegs seid, keine bequeme oder schnelle Exit-Option hast. Also, du musst die Kälte, den Weg und die Widrigkeiten jetzt meistern. Was macht denn das mit einem Patrick, wenn man weiß, das ist so? Also, als erstes würde ich mal sagen, sollte man schon ein paar kleine Sachen gemacht haben, bevor man auf eine solche Expedition geht. Man sollte also sich schon mal mit etwas kritischeren Situationen auseinandergesetzt haben. Man sollte also nicht das allererste Mal in eine solche Situation kommen, wenn man in so einer Expedition ist. Was wichtig ist, ist, denke ich, dass man eine mentale Stabilität mitbringt, dass man also seine geistigen und körperlichen Möglichkeiten auch in einer Notsituation und in einer Situation bewahrt, wo normalerweise Panik aufkommen würde, weil das nützt nichts. Ganz viele Leute sagen dann, hast du keine Angst? Nein, weil ich bin die Risiken durchgegangen vorher und ich habe ein richtiges Risk Assessment gemacht. Wir haben uns einen Risk Management Plan zurechtgelegt und das ändert ja nicht, indem man dann nachher dort ist. Ja, man weiß die Risiken, man weiß, wie man sie angeht und das Wichtigste ist, dass man die richtigen Dinge tut. Und dann muss man einfach lernen, in der Situation ruhig zu bleiben und das, was man vorbereitet hat und was gemacht werden muss, dann auch einfach anzuwenden. Ist es dann auch so, wenn ihr, du hast ja auch vorhin darüber gesprochen, ist es die ganze Zeit hell entsprechend, darum gibt es auch den normalen Tagesrhythmus in dem Sinne nicht, wie wir ihn jetzt hier in unseren Freitengraden haben, dass du dann wirklich mal gesagt hast, du hast eigentlich nur noch weiß gesehen und nur noch Schnee, dass man eigentlich da, weil du hast jetzt auch über Selbstkontrolle gesprochen, dass man eigentlich da, ich sag mal, bei Verstand bleibt, weil wenn alles gleich aussieht, also egal, ich weiß nicht, ob das so ist, egal, in welche Richtung du schaust, es ist alles weiß, das macht ja auch was mit einem, oder? So in Sachen Orientierung. Ja, also das ist, das, was du jetzt beschreibst, ist ein sogenanntes Whiteout. Das heißt, du kannst, also wenn wirklich jetzt alles weiß ist und du kannst den Boden nicht mehr von der Luft unterscheiden und du siehst auch keinen Horizont mehr, das kann sogar bei Geübten zu schwindeln und zu Problemen führen mit dem Gleichgewicht, ja, weil du absolut keine Orientierung mehr hast, um deinem Körper eine Ebene und einen Weg vorzuzeigen. Es gibt auch ein anderes Problem und das haben oft Bergsteiger, die zum Beispiel Bergsteigerexpeditionen machen und die in den Bergen immer einen Punkt haben, wo sie hingehen. Die haben das Problem, wenn sie Expeditionen im Schnee und Eis machen, dass kein Referenzpunkt mehr da ist, weil dahin, wo sie gehen, sieht es genauso aus wie der Punkt, wovon sie herkommen und der nächste Punkt wird wieder so sein. Also es ist gleich teilweise für 20 Tage, sehen sie vor dem Auge keinen Unterschied. Wenn sie das GPS nicht hätten, wäre es, als ob sie immer am selben Platz wären. Und das ist teilweise ein sehr großer mentaler Challenge, den einige nicht schaffen. Aber das sind zwei verschiedene Sachen. Also dieses Verlust des Gleichgewichtes in einem Whiteout ist eine Sache und dieses Problem, dass man mit dieser riesigen Fläche, wo du keine Referenzpunkte hast, außer vielleicht Wolken, ist ein anderes Problem. Aber beide existieren. Okay. Und wenn du dich in der Situation befindest, welche Strategien gibt es dann? Einfach weiterlaufen. Also, wenn man jetzt in diesem Whiteout steckt, dann kann man probieren, dann muss man sowieso auf GPS oder auf Kompass gehen und dann kann man zum Beispiel probieren, dass man wenigstens seine Skispitzen sieht. Wenn man das allerdings, wenn man allerdings das Gleichgewicht nicht mehr hat, dann muss man einfach Camp aufschlagen und abwarten, bis wieder Sicht vorhanden ist. Wenn jetzt jemand natürlich einen, jetzt mal in Gänsefüßen gesagt, einen Rappel kriegt, weil er überhaupt nicht mehr mit der Situation zurechtkommt, weil er auf einer fast unendlichen offenen Fläche ist, dann muss man einfach probieren, dass man ihm zuredet und vielleicht probiert, dass er dann die Zelte sieht. Aber ich denke, man sollte einfach, bevor man auf eine riesen oder eine sehr teure Expedition geht, einfach mal probieren, in so einer kargen Landschaft zu trainieren oder mal eine Woche unterwegs zu sein, wo man einfach hinkommt, bevor man sich dann in eine Eisfüste abliefern lässt mit Helikopter, wo dann ein Helikopterflug raus richtig viel Geld kostet. Cut! Hat dir der Drop gefallen oder du hast Anregungen? Dann sag's mir. Auf Response und Bewertungen von dir freue ich mich immer. Und solltest du noch nicht genug haben, dann hör gerne bei Gelbtöne direkt rein. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Drop. Ciao!